hallo und herzlich willkommen zu unserer weiteren folge let's play world of warcraft ja wir sind gut dabei hier um so ein rare mal kaputt zu schlagen und völlig vergessen hier einzuschalten hab auch den rechner grad neu gestartet also vieles nicht passiert außer dass wir jetzt hier diesen rare haben und er hat übelst viel life das ist bis jetzt das krasseste den wir hatten ja also hier helfen auch ein paar hundert damit also zwei leute glaube ich ja und er geht kaum runter also ich bin nicht mal gespannt wenn das hier liegt was der droll drauf ja jetzt ist es soweit und was denn ist und seine account gebunden eine kralle scheint irgendwie auch irgendwas zu machen zu können account gebunden die menschenschaft kralle von der alterhaltungsgesellschaft des dampfdrucks kartell kartells hätte sicherlich interesse daran okay da kannst du irgendwo abgeben ich denke mal vielleicht für ruf oder vielleicht ein item oder so das wird auf jeden fall geguckt das ist bestimmt in der hauptstadt kann man das dann abgeben ja dann müssen wir auf jeden mal gucken coole sache dass ich den jedoch gefunden hatte auf jeden fall also das scheint wirklich etwas besonderes zu sein ich bin schon da ich bei mir ja gut du bist etwas besonderes keine ahnung woher ich das habe ja ich muss quest abgeben ja hier unten ja da bin ich auf dem weg aber wir sollten ein bisschen weiter hochreiten ein bisschen ein bisschen liebe und da ist mir die linze wo jetzt sehe ich ihn auch toll ich verfolgt auch so missfieh Ich guck mal kurz, ob das ist, kann sein, dass es hier ist, kann sein, dass es hier ist, weil hier ist alles aber noch böser, ach der ist gefangen, ach so, recht beenden, recht annehmen, ach da, bock, Junge, wo läuft der denn hin? Seid vorsichtig, bin ich auf jeden Fall gerade erschrocken, was ist denn hier draußen los, hör auf, hör auf zu kämpfen, es bringt doch nichts, okay, das scheint auf jeden Fall zu laufen, boah, die sind alle 99, ja wir auch, ja stimmt, so schnell ging das, ja, irgendwie, interessant, ja, vor dem alles zusammen, ich sollte vielleicht auch aufs Reiten und steigen, eventuell, also ich bin mal gespannt, was wir für die Kralle kriegen, das lässt mich jetzt irgendwie nicht in Ruhe, nee, die Stimmung, vielleicht sollten wir mal generell mal in die Hauptstadt fahren, gucken, was wir da so kriegen, jetzt mittlerweile, der ist entkommen, ich gehe mal rein, da soll, hallo, ach jetzt, jetzt wird er doch kämpfen, wirst du? Ja, da hat er die Axt, äh, die Axt, wollte ich gerade sagen, Hammer ins Rücken bekommen, ins Rücken, in den Rücken, in den Rücken, in den Kultzen, ähm, deutschen, in den Rücken, hier sind noch ein paar, äh, Belagerungsmaschinen, kann man die kaputt machen, oder was? Ach, da, guck mal hier, hinten ist noch eine Quest, mach mal kaputt da, keine Ahnung, wo ist die Quest? Dann möchte ich mal kaputt hier, das war meine Kanone, oh, ja, und Tatsache, wollen wir die Quest eben annehmen? Quatsch, Ja, du kannst sie ja schon mal annehmen. Dank ist, dass ich die Kanonen hinwegnehme, ey. Sicher ist sicher, ey. Oh, Engen Wolf. Äh, hast du es gehört? Ja, ja. Das war ein Wolf, der ja geschrien hat. Der ist bestimmt hier drin. Hallo, Wolf. Oh, WTF. WTF, wie riesig ist der denn? Er ist so flauschig, so flauschig. Oh. Der Vogel hat vorhin mein Pad gekillt. Echt? Mhm. Scheint jedenfalls so. Oder mein Pad hat mich verteidigt und ist irgendwo in der Warachal stehen geblieben. Wenn nicht das erste Mal. Oh, ist das Schrein weggerannt. Oder solches. Wow. Das ist ja wirklich unglaublich, wie das strahlt und funkelt. Es ist so flauschig, ist so flauschig. Keine Ahnung, woher ich das habe, ja? Ich weiß es. Es war irgendein Film. Echt? Ich weiß nicht, sogar von den Minions da. Ich einfach und verbessere dich oder so. Ich meine, ja. Befragst du das? Ich frage nur, stell fest. Ja, ja, ich glaube schon. Das ist so flauschig. Ja, da, hier, hier, hier und so, hier. Also zehn von zehn haben wir, die Kanone noch. Und da und hier und so. Ah, und da ist noch der Obermacker, den wir noch kehren müssen. Das ist so flauschig. Das ist so flauschig. Das ist so flauschig. Das ist so flauschig, so flauschig, so flauschig, so flauschig. So flauschig war ich nie. Was für ein Crap ein. Das ist mir auch so ein Ohrwurm in den Schädel gepflanzt, ey. Und wahrscheinlich unseren Arbeitern, äh, unseren Arbeitern. Und unseren Zuschauern auch. Unsere Arbeiter. Arbeiter. Also, wenn ihr heute auf Arbeit geht, oder heute Abend ins Bett geht, dann legt ihr da, und dann denkt ihr nur, wie flauschig, wie flauschig, wie flauschig. Ganz genau das, ey. Hütet euch von der Wester verhassen. Und ihr werdet daraufhin Miraculi deabonnieren. Es ist so flauschig. Oh, guck mal hier, so eine Vogels. Vogel. Vogelding. Wir haben auf jeden Fall irgendwas abgeschlossen. So, was haben wir denn hier schönes? Wir haben eine Handgelenke. Einherrissig gute sogar. Ja, meine ist... Meine ist... Ja, das ist ein bisschen windiger, dafür ist mehr Verschlachter. Komm, mal anfangen, dass ihr das sowieso keine Sau. Sag das nicht. Es ist nämlich so flauschig, so flauschig. Ja, wir können wir viel lernen. Ich schwöre es dir ein. Egal. Irgendwann. Hat auch mal ein Ohrwurm. Oder sowas hier. Egal. Es gibt sogar eine Karte davon, ne? Von den Hearthstone. Da kannst du rumprallen, dass du gewonnen hast. Oh, was haben wir denn da? Du weißt, was das heißt, wenn ich die habe, ne? Ja. Wir fürchten es auch. Da ist nur eine. Mann, du scheiß hässlich. Jetzt reicht es. Wie er hinter die Kaninchen herläuft, Alter. Oder was ist das? Oh Gott. Jetzt... Nein, jetzt bleib hier stehen. Komm her. Oh Gott. Alter, bleib hier. Jetzt hab ich es. Warte. 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 Leute, echt jetzt? Ja, wenn du jetzt sagst, wie man da hochkommt. Müssen wir nicht anfangen? Ja. Nein, du brauchst 15. Oh, wir haben 15. Okay. Irgendwie Hunger. Du hast... ...hast ich Hunger. Immer Hunger, Alter. Immer ever. Ever immer. So, jetzt... Meine Rede. ...theoretisch nochmal nach unten in die Stadt. Und da auch nochmal zwei Quests abgeben. Das würde ich sogar bevorzugen, weil ich wieder meine Leute losschicken kann. Da war mir klar, dass du es bevorzugst, weil wir das mal runterfliegen. Kein Bock zu laufen. Na? Was kann ich kurz gucken, was für neue Missionen dazugekommen sind? Ja, das könnte sich vielleicht überlohnen. Ja, das könnte sich vielleicht nicht lohnen. Äh, das müsste ich mal machen. Irgendwann. Wäre interessant. Ich bin mal gespannt, wie viel nachher die ersten Verzauberungen und die ersten Sockelsteine kosten werden. Ah, also sei ruhig. Verzauberung habe ich jetzt schon. Hast du schon? Hast du schon gekauft? Ähm, ich kann die ja mal kurz posten. OpenShot hast du ja an, oder? Ja, OpenShot habe ich an. Nur, äh... Und... GuildShot? Au. Ich habe mir wehgetan. Oh. Ich brauche hier von 15 und da von 10. Und diese Kristalle, kannst du dir mal vorstellen, wie viel so ein Stück so kostet? 500 Gold? Wäre ich nicht. Du hast 15 Stück. 500 Gold? Tief. Ist nur ein bisschen viel. Warte, ich kann meine Leute nicht mehr losschicken, weil... Keiner das Item Level erreicht. Egal, ich schicke jetzt los. Ausstecken. Jetzt habe ich nur noch zwei 10er. Hm. Okay. Echt? Äh, äh. Ah, hier kann man einen Quest abgeben. Was kann ich heute für euch tun? E-Körn! Wo bleiben meine Ersatzteile? Ah, der wird jetzt ja auch schon angerechnet. 11% gerade mal. Das heißt, es werden jetzt 44%... Oh, oh. Oh, oh. Oh, wie geil, guck mal her! Was denn? Oh, wie geil! Was denn? Kann man da irgendwas machen? Nö, anscheinend nicht. Was hast du bekommen? Hä? Hä? Hast du es gesehen? Nee, nicht wirklich. Okay, ist er weg. Hast du hier die Quest schon abgegeben? Warte, Rüstungsverbesserungsmarke. Was? Ah, hier. Warten. Ah, für 4 Stunden. Rüstungsverbesserungsmarke. Benutzt, erschafft eine ungewöhnliche, seltene oder epische Rüstungsverbesserung für Anhänger. Bitte, äh... Lust auf ein Glas? Ah, jetzt steht er wieder hier. Wer bist du? Bitte, äh... Bringt ihr Neuigkeiten. Lust auf ein Glas? Ja, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Wie gehe ich denn jetzt los und versuche es auf gut Glück? So, wir haben jetzt die Möglichkeit, die Gerechtigkeit für, äh, Thoral. Ich glaube, das ist die Hauptquest. Ich denke, den wir da mal hin. Vielleicht schafft er es ja. Oder wir machen oben die zwei noch. Der Doktor und, äh... Ja, ich würde sagen, dass wir rechts reingehen. Und, äh, wir nehmen hier Sprech der Oma, wenn wir noch eins zu abgehen. Ich glaube, was, wenn wir da fertig sind, müssen wir, kommen wir ins neue Gebiet. Also, ich würde, dass sie gerne fertigquests sind. Weil ich glaube nicht, dass hier noch viele Quests sind. Nein, das glaube ich auch nicht. Also, da oben, ähm... Also, ich sag mal, oben links, guck mal, da ist auch noch ein komplett freies Gebiet. Hm. Wenn du siehst, es ist so flauschig. Ja, es ist aber immer so. Es ist immer so. Es ist immer... Den Hauptteil haben wir jetzt quasi durchgequestet. Jetzt kommen wir quasi ins nächste Gebiet. Und es wird jetzt wieder bla 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 und so. Na, du weißt schon. Hiernach kommt kein nächstes Gebiet. Wir leveln hier durch, äh, bis 100. Ja, ja, das ist mir bewusst. Das ist mir ja bewusst. Flauschig. Bist selber flauschig, Alter. Ippisch. Gewöhnlich. Boah, ich hatte gerade einen miesen Ruckler. Ja, ich sehe es. Oh. Hallo. Oh, lol. So, meine Damen, meine Herren, ich bin nicht da. Oh, WTF? Du wirst runtergeschmissen bei deinem Mount, oder? Ja. Zeig, dass wir uns wehren. Oh. Ansprechen, ansprechen. Ich frage mich. Ich quatsch an. Ja, hab ich auch. Angreif. An die Kur. An der Kurve sammeln. In der Kurve. Oh Gott. Angreif. Flauschig. Ich glaub, das ist das hier. Wo bist du? Ja, hier irgendwo. Aua. Kannst dich wieder aufs Mount setzen. okay wir sind aber direkt wieder abgemacht wo bist du? okay und bist du so groß? wo bist du? ich habe heiliges licht gekriegt aber welcher kurve? ja ich bin fast tot gewesen gerade ja die hauen ganz schön schaden rein da vorne bisschen sagte ich bin da wir geben euch Deckung während ihr sie von Westen flankiert was? wir soll ich von Westen flankieren? Westen ist doch links nicht ohne Seife waschen nicht ohne Seife waschen mit der F das bin ich gerade auch im Kopf durchgegangen ich dachte sagst du sitzt man nicht laut ey boah meine Armee ist ja hier voll episch flauschig wüsst du denn jetzt will sie bisschen wieder oben weil wir hier hin müssen fuck 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 ich hoffe doch nicht so schnell vorhelfen wir lieber hm helft du mir lieber das war in your face alter hast du es gesehen? nicht wirklich naja ich bin nach vorne gelaufen der ist hinter mir her ich bin gesprungen habe mich dabei um 180 Grad gedreht für die Horde äh für die Allianz für die Horde falsche Seite Kollege oh 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 da kommt noch mehr von hinten töte diese Schwechlinge Schwechlinge? oh jetzt was da hat meine Ehre beschuldigt äh beleidigt sterb gleich groß kann ich ich hab ein dach ich ja auch hau die anderen auch noch um so wäre ich die Ruhe okay jetzt können wir da hinten lang dann müssen wir gar nicht lang hm wieso na klar wir müssen wir hoch aber nicht ne ne wieso nicht dort meine Anzeige müssen wir da hin ok ja da oben wir müssen mit so einem Typen quatschen ok dort meine Anzeige müssen wir genau in die andere Richtung echt ja dann das Tor wird doch hier bestimmt vorne offen sein oder? ne ja gz ja da hatte ich also doch recht weil da hinten hat es nämlich gerade ein Tor geöffnet meint die Verteidigerin äh Jurel ne? naja gehen wir auf den normalen Mount da wirst du nicht ah ok ah ok ich brauche mal selber wow wo bist du? ah ok ah ok die Wolfshölle versiegeln die Wolfshölle versiegeln? da gibt es ein TNT oder sowas ja ja achso ja ja friert das mal ein anstatt TNT zu benutzen ist schon in Ordnung cool Idee ich mach Feuer auf was haben wir noch? lauf hier einfach durch ja ja ich glaube das ist auch nicht das ist auch so gemacht dass man dann durchlaufen kann ok die Wölfe die müssten wahrscheinlich äh achja ich hab übrigens auch die Glyphe gefunden womit ich meinen Vieren wieder so einsetzen kann dass ich auf einer Position den Typen halten kann echt das ist gut stark vor Angst halt statt weg zu vieren dass er wegläuft ja das stell ich mir auch ziemlich lustig vor ich war halt nur auf eine Person aber es reicht ja um irgendwie einen Mob mal auszuschalten oder so ja reicht das ja voll und ganz also bei mir müssen wir hä hier lang so also ich musste hier rechts irgendwie nur ja bei mir ist da so ein gelber Punkt deswegen bei mir ist da kein gelber Punkt ach doch jetzt ja dann warte nochmal auf wen denn garaus höllenschrei besiegen ist auf der anderen Seite in der Hürde da ja wo bist denn du mein Tod warum weil zu viele Mobs und so ja warte bleibt liegen ich bin nämlich durchgekommen das ist richtig cool ne loki ne loki an dir vorbei rennen wir sind an dir vorbeigerannt echt wann sind wir an dir vorbeigelaufen diese monstrum müssen wir vorbei um zum Garage zu gelangen witzig achja wir sollten übrigens für die Leute auf YouTube mal die Folge beenden ich glaub die hat schon überlegen ja Leute auf YouTube wie ihr wissen wollt bis dem nächsten Mal wir machen die Twitch-Kanal und so da könnt ihr auch mal vorbeigucken und ich sag mal tschüss und goodbye bis dem nächsten Mal tschüss wenn ihr wissen wollt wie es weitergeht schaltet ein ciao